Hey, unhöflich. Machst du mal die Tür zu? Was ist denn für ein Türfetisch? Was ist für ein Türfetisch? Ich kenne nur den Stee-Tisch. Hauptsache, äh. Ich kenne nur den Stee-Tisch. 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 Was so gehört? Wollen wir gehen? Alter! Ich bin in der Freiheit und ich fliege nach vorne. Adios! Oh, wir haben meine Drohne kaputt gemacht. No. In 60 Sekunden kriegst du eine neue. Wollt man nicht gehen? Ich kenne nur den Stee-Tisch. Der ist mein Stee-Tisch. Der ist mein Stee-Tisch. Spieler mögen das nicht, wenn sie angeschossen werden. Nee, du hast mich nicht angeschossen. Du hast was anderes gemacht. Aber ich sag's dir nicht. Ich hatte wieder das Ding sehr... Wenn sie falsch bewegt. Aber pssst. Genau. Ich müsste nur mal oben rechts mal gucken. Oh, das war ich nicht. Hey, die machen immer meine Linksys kaputt. Ja, ich seh das schon. Das ist voll unfair. Du, 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 du. Noch mal ein bisschen mehr Geld ist auch ganz gut. Otter. Hm? Läuft dem Tier. Aber jetzt, du hast es nicht gesehen. Ja. Ich hab mich verlaufen. Ernsthaft, Achter? Ja, das ist der Spawn, an dem ich mir auch immer falle auf. Warum macht er das? Ich glaub, wir haben eh genug. Die Beat? Aber Sat ist tot. Deswegen Niederlage. Äh... Nee, Tamera note. Nee, Tamera note. Nee, Tamera note.